Was hast du gesagt? Ja, ich hab dich akustisch nicht verstanden. Ich guck nebenbei immer noch YouTube-Videos. So, sieben Kills mit Schrotflinte und JTF2. Dann nehmen wir doch mal Smoke. Ihr habt jetzt einfach nur viel Rauch gezündet, nicht viel Dings. Da ich wieder Rauch zünden darf, bin ich. Ich denk mal. Ich glaub ich fliege jetzt. Machen wir den Rauch groß? Ja, ja, ja. Eine Wand kannst du verschwenden, aber es geht trotzdem raus. Es bleiben noch 10 Sekunden. Ich mach mal hier ein provisorisches Wand-Ting und sage Ciao mit V. Fuck, ich hab wieder Re-Pistol dabei. Die haben den Bio-Befahrgut-Behälter lokalisiert. Egal, ich riskiere es jetzt. Ich fliege jetzt raus. 1000er Ping. Optimistisch bleiben. 40er Ping. Ähm. Wie sehen seid ihr, dass ihr gespawnt? Agile und Thermite? Hier brauchen wir immer noch ne Wand. Tschüss. Kusi? Da sind wir nicht überhaupt noch? Ja. Aber Alex hat mich nicht mehr, oder? Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt, oder? Die Gegner sichern den Behälter. Die Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Ja, alle Gegner. Ja. 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 Einigener Trupps siehkreisch, alle Gegner eliminiert. Ja. Ja. Ja.